Und ich bin der Ben, wir sind die Macher von der GalaxyStone, was wir mit Kudu programmiert haben. Hier ist ein Rover und muss Steine scannen und den Rover kann man mit WASD steuern, nur auf dem Mars, also das erste Level. Und dort sind überall fünf Steine verteilt. Wenn man einen Stein mit der Taste E scannt, dann kriegt man fünf Punkte. Wenn man 25 Punkte hat, dann kann man ins nächste Level gehen, aber überall sind Fallen. Ich bin hier wieder, also ich erkläre euch das jetzt mit der Röhre, mit dem U-Boot und mit dem Motorrad. Wenn man gegen die erste Röhre fährt, spawnt man als U-Boot in dem Wasser, in diesem Teich, sage ich jetzt mal. Dann, wenn man als U-Boot gegen die zweite Röhre schwimmt, dann wird man zu einem Motorrad. Mit diesem Motorrad muss man dann hoch zu seiner Hütte bzw. Haus fahren. Und wenn man dort angekommen ist, hat man das Level, also hat man das Spiel geschafft. Mit R schießt man, also mit der Taste R kann man schießen, Fische schießen auch, da gibt es ein Schiff, Schildkröte, also muss man sich in Acht nehmen, dass man nicht stirbt und die betäuben dich nur. Aber du kannst Raketen schießen, die sie sofort umbringt.